Ich hatte heute überhaupt gar keine Ahnung, wie ich dieses Video anfangen soll, also habe ich ChatGPT einfach mal gesagt, gib mir einfach eine coole und lässige Begrüßung für mein YouTube-Video. Was geht ab, Leute? Hier sind wir wieder mit einem brandneuen Video voller cooler Vibes und lässiger Unterhaltung. Freunde, ihr wisst ganz genau, wie es aussieht und wir starten direkt rein in das Video. Ich habe letztens so ein Interview von Miley Cyrus gesehen. Keine Ahnung, um was es in diesem Interview ging, aber ihre Stimme erinnert mich irgendwie an etwas anderes. Eins zu eins, ich erkenne keinen Unterschied. Okay, in diesem Clip sehen wir einen Typen, der einfach ganz entspannt trainieren will Und plötzlich läuft irgendjemand vor seine Kamera im Gym. Ihr kennt das doch. Die Leute, die sich im Gym immer filmen und das dann überall auf Social Media posten und die regen sich dann auch immer auf, dass Leute einfach so vor die Kamera laufen. Wir gucken mal rein. Ich bin 100% bei dir. Ich wäre auch genervt, wenn einfach ein T-Rex, ein Dysanosaurus... Dysan... Dysan... Dysanosaurus Rex einfach vor meine Kamera im Gym laufen würde. Ich würde mich beschweren und den Typen wahrscheinlich noch aus dem Gym kicken lassen. Sowas geht gar nicht. Oder sie. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was das Geschlecht von diesem T-Rex ist. Bitte cancelt mich nicht, okay? Wenn deine Augen funkeln, bedeutet es, dass du Jungfrau bist. Okay, anständig, dass ihre Augen auf jeden Fall funkeln. Meine Augen würden so aussehen. An alle Rap-Fans hier draußen. Es wurde auf TikTok eine Aufnahme von Uzi geleakt. Von Lil Uzi, alright? Leute, die aktiv Rap hören, die kennen ihn natürlich. Und Freunde, diese Aufnahme sollte definitiv nicht an die Öffentlichkeit geraten, denn sie leakt einen komplett neuen Banger von ihm. Der Song ist 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10. Diesen Track würde ich auch ganz entspannt dann in meine Sex-Playlist reinpacken, die ich leider immer alleine höre, weil, ja, ich habe keine Freundin. Wie Ausländer Kaugummi kauen, wie Deutsche Kaugummi kauen, Thorsten schuldet mir noch 47 Cent. Nein, nein, Thorsten schuldet nicht nur 47 Cent. Thorsten schuldet 47 Cent plus 10 Euro wöchentliche Zinsen. Und wenn er das als Spaß sieht und nicht so bezahlen wird, dann gibt es eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Lehrer, warum lachst du? Mein Gehirn? Laut ist gleich lustig. Ist mir egal, was für ein Clip dort ist, sobald er übersteuert ist, 10 mal lustiger. Hey, meine Damen und Herren, was ist mir los? Das sind schon wieder diese Splash-Filme. Okay, okay, bitte, Fat Mo. Der Name passt ziemlich gut. No front. Okay, bitte sagt mir, er trichtert jetzt wirklich diese Spaghetti mit Tomatensauce. Ich habe es gerade wirklich in dem Gefühl, dass das ein geisteskrankes TikTok wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie gut. Richtig gut. Der Bruder zieht geisteskrank durch. Oh mein Gott, er macht das nicht zum ersten Mal. Ich sehe das. Ich erkenne einen Weltklasse-Spaghetti-Trichterer direkt an seiner Technik. Richtig gut. Oh mein Gott. Alter. Jetzt kommt Bier, jetzt kommt Bier. Bier kommt? Bier kommt? Ey, chill doch mal. Lass ihn doch erstmal diese Spaghetti zu Ende trichtern. Die Jungs schitten direkt Bier oben mit nach, damit du gleich gut runterspülst. Sehr lecker, wow. Ey, der Arme ist gerade so am leiden, aber er macht alles für das TikTok. Ich appreciate das. Danke, dass du den Content von diesem Video füllst. Bier kommt, Bier kommt, Bier kommt. Nein, lass, 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 oder? Lass, jetzt komm. Noch weiter, weiter, weiter. Mehr noch, mehr noch. Ja, weiter, weiter. Er will das sogar. Er will weiter. Kommt, er sagt schon, Jungs, macht weiter. Kippt noch mehr. Ich brauche Bier. Direkt mehr, mehr. Aber da kommt viel Schauen. Lass, lass, reicht. Ja, Mann. Wuuuuh. Oh, Junge. Du, du Spasti, was kippst du Bier hinterher? Okay, er hat anscheinend das mit dem Bier doch nicht so gefeiert. Ich muss jetzt auch hier einfach mal in die Hände klatschen für diese geile Aktion. Und der Typ ist eindeutig der King der Woche. Ich will nicht wissen, was noch für gottlose Sachen auf dem Splash so abgegangen sind. Wir rufen jetzt irgendeinen Reiterhof an und fragen, ob ich reiten kann mit 150 Kilo. Eine Frage, ich wollte gerne reiten und ich wiege 145 Kilo. Geht das? Nee, keine Chance. Wieso? Bei 80 ist Schluss. Bei 80? Was ist das für ein Pferd, ein Pony? Ganz normale Warmblüter. Wie kann denn bei 80 Kilo Schluss sein? Also ich muss sagen, ich wiege auch 80 Kilo und ich würde sagen, ich habe noch eine normale Statur. Wie reiten denn Menschen zu zweit auf einem Pferd? Vielleicht wiegt dann nur jeder 60 Kilo oder 50 oder so. Okay, bei 80 Kilo ist Schluss, aber wenn zwei Leute drauf sind, die 50 bis 60 Kilo wiegen, dann geht es. Okay, super. Mathematik durchgespielt. Ich habe bei dem letzten Reiterhof, wo ich angerufen habe, hat sie gesagt, die Dame, das ist Tierquälerei, wenn ich das mache. Ja. Ja, ganz trocken einfach. Ey, ich sage euch aber ehrlich, das arme Pferd. Stellt euch mal vor, dort kommt wirklich ein Typ, der 150 Kilo wiegt. Damn, boy, he's sick. Stellt euch vor, ihr seid das Pferd. Ihr denkt, jo, heute ist wieder ganz normaler Tag. Ein, zwei Leute auf meinem Rücken haben und ein bisschen rumreiten. Und auf einmal wird dein kompletter Rücken auseinandergenommen und du musst doch die Show spielen und mit dem noch ein paar Runden im Kreis laufen. Kein Problem, ich nehme schnell 70 Kilo ab. Ciao, ciao. Bun-Yi-Jumping. Moin, moin, hören Sie mich? Ich wollte mal fragen, und zwar, bis wie viel Kilo geht euer Bungee-Jumping? Das geht bis 90 Kilo. Ich fiege 145, das heißt, das geht nicht, ne? Kann man da nicht irgendwie zwei Seile zur Verstärkung machen dann sonst? Wie viel ist nochmal ungefähr die genaue Zahl? 145. Also es ist so einfach, als ob man zwei Menschen da dran hängt und dann die springen, weißt du? Ja, ja, ist richtig, aber das ist, das ist fett. Yo, 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 okay. Du musst ja nicht so direkt sein. Chill, bro, chill. Das ist fett, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich würde es nicht probieren. Ich würde es probieren, Abo-Goku. Ich würde es probieren, Bro. Aber bitte mach dann ein Video davon, damit ich das in diesem Video verwenden kann. Damit ich Content hab und Klicks mach. Kannst du die Tür öffnen? Ich denke, du hast es geschafft. Yo, okay, entspann dich. Nimm doch einfach ein Teil und geh dann, anstatt 50 auf eine Hand zu balancieren. Das kann nur in die Hose gehen. Kannst du die Tür öffnen? Ich denke, du hast es geschafft. Ich kann es nicht. Uh, ja, super. Toll. Alles auseinandergenommen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und was ist das überhaupt für eine ekelhafte Freundin? Sie filmt das einfach und sagt, ja, ja, du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Und wer hat den Rasenmäher da an den Weg gestellt? All right, Freunde. Das war es mal wieder mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wirklich über ein Like auf diesem Video freuen. Und ein Abo natürlich. Wir haben auf dem letzten Video 347 Likes geknackt. Freunde, ihr seid die geilsten. Ich gebe mir wirklich immer viel Mühe mit den Videos. Nur für euch. Und Freunde, es freut mich extrem, dass die Videos euch gefallen. Deswegen, wenn wir auf diesem Video 500 Likes knacken, dann wärt ihr einfach die krassesten. Okay, ihr wärt wirklich die krassesten. Und ich würde von jedem, der dieses Video liked, einmal den Arsch schlecken. Aber nur einmal, okay? Kein zweites Mal. Nur einmal. Damit wir uns verstehen. Okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.